Ha! Ich bin Thomas! Thomas? Wer ist Thomas? Hm. Thomas? Ach, Thomas! Ich kenne diesen Thomas nicht. Ich wüsste nicht, warum ich ihn weiterfahren lassen soll. Thomas? Bist du das? Sag doch was! Ich red mit dir! Was, Thomas? Wer, Thomas? Was sagst du dazu? Bin Thomas, die Tenderlock, mein Heimatland ist so durr. Ich fahr zum Güterbahnhof, bring die Lieferung dorthin. Bin fleißig wie die Bienen, doch du versperrst mir die Schienen. Drum bitte ich dich, mach sie wieder frei.